Kochen sollte natürlich in jedem Fall Spaß machen. Die Kommunikation in der Küche ist ja heute eine andere, wie sie früher war. Man kocht mehr gemeinsam, man kocht miteinander und will eigentlich Spaß haben und das genießen. Sparsame Geräte, Funktionalität, Design. Die Lebensplanung eines Kunden sollte in jeder Küche verwirklicht werden. In unserem Küchenhaus erwarten Sie 50 individuell geplante Ausstellungsküchen. Hier nochmals den Tippbeschlag für unsere Schubladen. Einfach auf den Zocken auf die Ausstellung. Sie können hier das Helleholzer, Herbenseite dunklen Holz. Dann haben wir hier einfach mal den Backofen. War ja klar. Genau. Und da drüber dann einfach den Dachstab. Ich sehe gerade, ich bin ja nicht die Größte. Können wir das ein bisschen anders machen? Kein Problem. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach in der Ausführung, dass wir die Schublade hier rausnehmen. Ja. Und somit versetzen wir den Dampfkarer einfach um diese 13 cm. So machen wir es. Ach so. Okay. Super. Wunderbar. Klasse. Unsere Küchenplaner nehmen jetzt sehr viel Zeit, um auf die Wünsche unserer Kunden individuell einzugehen. Oh und Wünsche unserer sexischen educators sind dieикoll Celebration immer wieder deruchen Agrionräder geboren. Und Klasse. fallen oft viele verschiedene Umbaumaßnahmen an. Für unsere Kunden planen und koordinieren wir alle Umbaumaßnahmen aus einer Hand. Auch schwierigste Raumsituationen können durch unsere erfahrenen und kreativen Mitarbeiter optimal gelöst werden. In unserer Schreinerei können wir jeden Kundenwunsch erfüllen. Durch unsere langjährige Tradition im Schreinerhandwerk sind wir in der Lage, die Küchen aus unseren Küchenhäusern für unsere Kunden zu perfektionieren. Die Schreinerei Nägele baut Unikatmöbel und Einzelanfertigung nach Kundenwunsch. Wir machen Betten, Schlafzimmer, Schränke, Einbauschränke, Badmöbel, Tische, Stühle. Wirklich alles, was man im Innenausbau so kennt. Mit unserem hochmodernen Maschinenpark sind wir in der Lage, mit einem Minimum an Verschnitt ein Optimum aus den Platten, aus dem Material herauszuholen. Nach dem Zuschnitt des Rohmaterials geht es dann direkt an unsere Kantenanleihmaschine. Das Herzstück unserer Firma ist das hochmoderne Bearbeitungszentrum. Das Werkstück wird über Vakuum angesaugt und wird hier fertig bearbeitet. Diese Maschine kann gleichzeitig sägen, bohren, Fräsen, horizontal, vertikal. Trotz hochmoderner Maschinen werden immer noch viele Arbeiten von Hand ausgeführt. 1950 wurde unsere Schreinerei durch meinen Vater gegründet. Er war mit 21 Jahren damals mit einer der jüngsten Unternehmer im Kreis. Wie sich es für einen echten Schwaben gehört, hat er jede Mark in die Firma investiert und im Jahr 1967 kam ich dann als junger Lehrling in unsere Firma. Seit 1980 planen und verkaufen wir Einbauküchen. Ich bin 1997 ins Unternehmen eingetreten und führe das nun in der dritten Generation fort. Unser Unternehmen steht auch heute noch für Tradition, Qualität und die Liebe zum Holz. In den letzten 60 Jahren sind wir vom Ein-Mann-Betrieb zum heutigen Familienunternehmen mit 35 Mitarbeitern gewachsen. Gute Beratung, perfekte Planung, termingerechter und sauberer Einbau, das ist unsere Stärke. Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns ganz besonders am Herzen. Wenn Ihnen das Kochen in Ihrer Nägele-Küche Spaß macht, dann haben wir alles richtig gemacht. Kau a 26 etwa 8 AM hoch. Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns sehr wohlfühle mit Pisern. Philipp Gom Oh verder ... Untertitelung des ZDF, 2020